Die Herointherme Die Herointherme Die Herointherme In Ordnung! Durch das leckere Curry, das Sani uns spendiert hat, ist mein Kampfkreis neu erwacht. Ich lecke voller Energie, du wirst es schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zuzusehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Mike wieder fit. Dankeschön. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champs seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Und klassisch, bei einem Pokémon-Schild-Part gibt es natürlich einen weiteren Hop-Kampf. Willkommen zurück, by the way. Yeah, yeah, yeah. Gegen ein Zwollock? Ey, was ist der Zwollock hier am Tief? Und ich habe einen Kursi. Ich sehe auf dich, Partner. Ist das so? Es hagelt. Das habe ich gesehen. Ich setze ein Sturm ein. Yeah. Und wir sind ein Geist. Ein Geist, ein Geist. Macht nicht sehr viel Damage. Aber es hagelt. Es macht dir Schaden. Aber mir auch, weil ich nicht Eis bin. Ich verstehe nicht, warum ich nicht Eis bin. Egal. Ähm. Ich würde sagen, Intelion. Ich darf mal wieder kämpfen. Oder was? Ja, ich denke schon, das ist ganz nett so. Oh yeah, ich bin dran. So, das muss ich eigentlich nur noch primal entwickeln. Und dann ist unser Team eigentlich schon komplett. Soweit ich das so sehe. Krass. Au. Verwegetan. Aber das macht nichts. Ich schieße unseren Gegner einfach kaputt. Drei. Zwei. Eins. Ninety, Ninety. Very good. Ja, ja. Level-up für Kursi. Nice. Ich bin so stolz auf meinen Kursi. Britz-Igel. Ui. Das würden wir noch sehen. Neues Pokémon-Igel mit Arschbacken als Mund. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, welchen Typ das ist. Bestimmt nicht Eis. Ich denke, was denke ich denn? Gestein, Stahl, sowas. Können wir vorstellen. Auf jeden Fall hat es keine Chance gegen meinen Schuss. Wer denn auch. Interior Level 47. Wir sind schon fast Level 50. Die Hälfte ist das. Level 100 ist das Maximum. Lieber Loh. Da ist sein Starter. Was jetzt auch abgeschossen wird. Easy peasy. Keine Chance. Sorry, Mann. Ich mach nur meinen Job. Piu. I am dead. Aaaaaah. Ja, ja. Pokémon macht einfach Spaß. Das macht immer Spaß. Vor allem neue Pokémon-Spiele machen noch viel mehr Spaß. Relaxo mal wieder. Relaxo, chillaxo. Nach Zwolloc kämpfen. Yeah, yeah. Komm, Zwolloc, zeig, was du drauf hast. Geh, relaxo. Relaxo, hallo, wie geht's? Ja, ganz gut, und dir? Ja, auch. Nein, es freut mich. Doppelkick. Bam, ich rede in die Phrasen. Zack, und nochmal Zack, geil. Bodyslam, oh nein. Oh, damn. Nein. Nee, wenn du mir so ankommst, dann wechse ich wieder zurück zu den Talion. Hast du selber auch Schuld, Relaxo. Wenn du mir mit Paralyse ankommst, hab ich auch keine Lust mehr. Ja. Damit du es für die Zukunft weißt, ja. Aua. Zumindest keine Paralyse. So, ich schieße dich jetzt ab, mein Freund. Oder weißt du was? Mann, Acker-Durchstoß. Ist noch stärker. Bam. Digga, was? Was? Nein, die Talion wird sterben. Hagel. Digga. Noch nie erlebt so was. Warum heile ich mein Pokémon nicht? Ich war doch jetzt wegen Hagel sterben. Bin ich dumm? Ich bin dumm. Ich sterbe jetzt wegen Hagel. Cool. Krimi, der hat 44 dafür. Wow. Ja. Ich bin einfach dumm. Oh mein Gott. Kursi. Ich bin ganz so lieb, mein Jesus Kurs. Äh, was ist dein letztes Pokémon? Kramor? Ui. Was ist denn ein Geschmack für gute Pokémon? Mein Freund, das gefällt mir. Das müssen wir auch gefällt. Die Tatsache, was du verlieren wirst. Das gefällt mir. Weil dann weiß ich, dass ich gewinnen werde. So, Verteidigung sinkt. Aber initiative steigt stark. Wir fangen immer an. Wir fangen jetzt. Heiß Sturm. Baaah. Schade. Macht nicht so viel. Muss jemand anders ran. In Telenus ist ja leider verleckt. Was war's denn? Routini, würde ich sagen. Darf es mal versuchen. Routini kämpft ja auch zu selten. Unser Pflanzen Pokémon hier im Team. Boah, Schnabel. Oh, nö. Was ist das effektiv? Oh, deshalb. Oh, nein. Das ist überhaupt nicht gut. Musik ist cool. Primano. Komm, mach's. Lass mal Primano kämpfen. entwickelt sich ja in fünf level abs ich habe so ein paar sonderbomben und vielleicht gibt es sogar ein paar moment machen weil ich eigentlich immer so am ende des spiels aber ja warum nicht nur aber jetzt mein freund ja jetzt sagen gibt es erstmal auf die flasen ich glaube süßstrahl ist effektiv nein eben nicht ich habe genau andersrum gedacht egal es ist einfach zauberschein ein das macht schon genug der mensch darf anfangen er darf einfach anfangen oh mein gott ich lebe aber noch aber ich werde jetzt sterben wegen hagel es ist auch nicht ich lebe noch die wirbel auf so was ach so ich darf ja nicht anfangen aber irgendwie denke ich heute nicht mit oder irgendwie habe ich heute so ein small brain very very small brain ich brauche die level ups vor allem für primano kacke vom krimi ich glaube an dich so wahrscheinlich wird schon passen auch wenn sich effektiv ist es reicht aus ich kann also nicht mal gegen meine rivalen gewinnen aber ich gebe nicht auf ich kann also nicht mal gegen meine rivalen gewinnen aber ich gebe nicht auf danke ja beide sehr gut gekämpft wenn ihr so weitermacht könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren derion besiegen was steht als nächstes auf eurem plan ich habe vor mich noch ein bisschen näher mit dem schlimmerweil zu beschäftigen ich werde mich wieder der arena challenge widmen und weil ich den arena ordnen in der tasche habe geht's schnurstracks über route 9 nach spike fort auf geht's wo ist denn jetzt siebte arena ich glaube das hat ihn wieder aufgemuntert die nun macht sich immer große sorgen wenn es hoch schlecht geht und du als ein rivalin wird sicher auch nur das beste für ihn stimmt also dann macht's gut aber wo müssen wir jetzt lang ich hab's nicht gecheckt über route 9 nach spike fort also nach unten rechts spike fort ist hier wir sollen nach rote 9 also erstmal durch das schneegebiet dann sind wir hier in so einem wassergebiet vielleicht lernen wir dann surfer das wäre cool und dann kommen wir hier hin und dann könnten wir müssen wir hier lang und dann können wir später hier durch durch den tunnel von route 9 dann sind wir hier siebte arena und ich glaube hier oben sind 8 arena auch wenn ich eigentlich dachte dass wir andersrum aber ist wahrscheinlich so und dann kommen wir später hier durch zack 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 sind wir hier im score in score city und score city ist die arena und kostet ist anscheinend die letzte dann hätten die letzte stadt weil es ist die größte stadt von allem wie man sehen kann cool mama so aber ich habe ja gesagt ich habe ein paar sonderbonbons da gucke ich mal wo habe ich die denn habe ich die nicht hier doch doch ich will die bonbons habe ich denn wenn die dann angezeigt oben oder ja ja sondern war morgens habe ich hier ähm wer kriegt denn mal eins kurse und primano brauchen ist ich geb mal ein xs bonbon an primano die waren nicht fast gar nichts aber versuch uns mal mit so sieben stück so viel stück noch noch eins noch eins level 41 es ist sogar wiederbelebt das ist ja richtig geiler schied zum wiederbeleben wie brauchst du auch noch ein wenig ob es tut mir leid an der stelle da gab es wohl gerade einen kleinen cut nicht so wichtig zwar noch kurz eins und ist ein level ab so houtini kriegt auch noch mal so zehn stück oder acht gemacht noch 1 2 9 wäre es gewesen ok 44 nochmal hier ich glaube das reicht dann es sollen große mengen sein ich gebe mal eins hier an kursi es sind dann 800 geise 8 xs geben wir hier mal sechs stück ab kriegt das schon gleich ein paar mehr erfahrungen punkte das und xs das passt level 42 das sind wirklich jetzt schon das war unerwartet aber nice oh mein gott jetzt wird es zum ob pokémon oh yeah aber nur noch ein arm silenbrim 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 ist echt ein episches pokémon heute kann ich empfehlen hexe des waldes genannt ok psychoklinge neue attacke ne eigentlich nicht oder der name sagt mir was ja auf jeden fall erlernen ich weiß nicht aber dafür schüchstrahl weg ja oder kommen wir nicht mehr verwirren aber ich denke das ist trotzdem ein guter tausch weil man hohe chancen auf einem volltreffer hat das ist doch gut nice soll ich gibt dann noch mal ein sonderbonbon an kursi oder das war dumm naja egal passt schon und noch eins weil ich so lieb habe ich habe kursi ganz so lieb ok so aber jetzt will ich erst mal mit silenbrim vorne kämpfen weil es ja unser wickel des boomern und das heißt auch somit dass wir all unsere teammitglieder entwickelt haben nach dem letzten ordnen nicht schlecht oder was mit ihr so ich schätze meinen score city gibt es unseren letzten klamotten laden gibt es dann auch den heißen scheiß dort endlich so ok dann werden wir es bis dahin einfach unser schönes ja eis outfit tragen das ist auch ganz ok so aber jetzt habe ich langsamer weil das spiel ja ok spiel ja kurz gelehrt kann warum nicht wichtig jetzt gehen wir los von route 9 hier ist eine brücke da kann man angeln was ist es kapotor nein das neue fülle altes fischmann lusardin lusardin oh wie es gesungen hat wie süß fisch warm oh nein nicht fisch warm ach das pokémon war es von sonne mond das ist so ein starkes pokémon wenn es in dieser form ist psychoklinge wie stark ist das naja es macht ein wenig viel schaden wie ich finde ich glaube wir lieben einfach aus dem kampf obwohl warte 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 ich habe intelion das bei level 50 ist digga da wird das so ein richtig schweres herrn ich glaube ich bin doch jetzt gleich meine aufmerksamkeit ich habe es auch eh schon locker 15 folgen ja ok gefühlt 15 folgen aufgenommen scheinlich sind sie nur zehn und dann muss ich um nach einer woche oder fast eine woche nur mehr aufnehmen man weiß es nicht egal präzisionsschuss pium ja das passt auch noch mal aquawelle und auch was sie fiel ein volltreffer war da sogar von der hagel ok ne weißt du was wenn wir uns einfach so zu fangen fisch warm und da ist es nicht mehr so stark um ein mikro wollte umfallen aber ich habe es gesagt leute ich habe es gesagt keinen großen buch im video nicht mit mir und wochen rupfer überweinsatzte ist ein cooles pokémon hat einen coolen ball verdient habe ich recht sehr cool genug dachte ich mir hätte ich auch genommen und da gibt es noch trainer ok hallo wenn trainer sich begegnet wird gekämpft so einfach ist das ja ja das sagst mir richtung endgame super sie will nie von dem namen gehört barri kiefer was ich weiter wegen von dem fisch pokémon ok zum ersten mal cool cool ist wie so ein torpedo geil na welchem typ bist du wahrscheinlich bist du wasser dann nehm ich houtini das wird super nice bam gegen houtini hast du keine chance aber ich habe es irgendwie habe ich das gefühl dass es eis attacken kann einfach wegen dem gebiet hier aber ich hoffe wir lernen letztendlich mal ähm ja so vorlernen so nach rassen so nach was man rufen kann oder was weiß ich warum dringend mal eigentlich eine neue und bessere fensten attacke weil schallwelle ist mittlerweile stärker ich weiß auch nicht sagt du bist weg vom fenster tschüss tja kannst du rummeckern wie du willst landhorn ok muss ich kurz mal heilen ja weil ich viel aber geht ladungsstoß das macht doch gar nix hier was ja wohl ein vizier oder war aber ich nicht lustig du er ist mal welchen besseren ja ich gebe dir meinen richtig lustigen witz du bist tot der war lustig oder und ist gar nicht tot eine nächste runde bist du luftstrahl ernst das bringt echt gar nichts mein freund das bringt ja echt rein gar nix grassmixer und you are dead not speak zu preis ok und keine erwerb okay schade der stärkere gewinnt ganz einfach muss damit leben visiere den schatten an und wirft die angel aus das ist einfach und doch tiefgehend du meinst die gas aber lang gedauert ein oktiller ich dachte wir kriegen kloppt muss erstmal schwächen dann können wir bis weil ich weiß es ist aber nur wasser ich habe das fini benutzt ich weiß es nicht aber ich glaube es ist nur wasser aber auch wie abzuschießen ist weh hagel so einmal angreifen und dann versuchen wir es mal zu fangen mit einem super ball würde ich sagen jetzt voll treffer zwar aber es lebt doch immerhin gesichte oder was das ziel auf mich das heißt es kann nicht mehr nein wie viel pech kann man nur haben was ein rotz rote neuen juhu oh hi ui was für schöne und wir haben dass wir unter anderem gar stelle gerne fangen und ein nein 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 gepasst psychoklänge wie viel schaden macht das sehr tief okay interessant haben wir auch noch krass krass aber super ball und und es ist nein es ist es ist es ist es ist 1 1 1 1 1 ich bin gut garsteller ist ein cooles pokémon das feller stelle jaja ob trank weil du wollen geil nomad 3000 ja kein bock auf euch hat mir mal ruhe ich habe mit meinen pokémon so richtig abgetanzt und jetzt bin ich super drauf bereit virginia west virginia flampion das neue für pokémon hast du denn es war das gerne oder was man hier so da habe ich keine feuerattacken aber zwar wirklich mal wieder kämpfen sehen kommt zwar rein ins gibt spaß hier ist das denn kein spaß dort also spaß ja wie mein jung doch doch ich bin gespannt was passiert wenn wir dann in diesem einem ort da ankommen ist wahrscheinlich als nächstes morgen aber trotzdem nicht ich weiß dass nicht wie die story weitergeht wo es denn jetzt die siebte arena ist es in klaus city oder ist es in score city ich weiß nicht mehr erfahren denke ich mal blumen ja in bella können wir unser eispokémon kursi nehmen sie ist für mich eine eispokémon auch als künstler blutenwirbel kann auch gar nichts hier aber ich habe keine verteidigung da war ja was nur die stärke und identität ist drin ich bin sehr stolz auf dich kursi lass dir niemand irgendwas einreden kursi du bist super aber so jetzt stirb ich bin schneller es verfehlt es verfehl wird sie mich veräppeln mein freund wie ich einfach am updancen ist denkst schon der siegestanz ja ne 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 ich gewinne ja noch das werde ich zu euch zeigen ba nice nice eis eis intel level 48 nice wow ihr gebt ne echt krasse kombi ab eure attacken sind abgestimmt wie tanzschritte ok ich will meinen pokémon ganz viele attacken beibringen die an einen tanz erinnern ok wie du meinst rote 9 und team jell will mal wieder kämpfen wir sind jetzt hier ja hier im wassergebiet sind wir jetzt das waren wir noch das wassergebiet und dann werden wir in der nächsten folge hier sollen spikefort dann werden wir gucken was die story uns enthalten hat hey was macht ihr hier wir lassen wir lassen niemanden nach spikefort klar das heißt für nasen wie dich und auch für alle anderen in rote 9 tabu mit anderen worten du kannst nach hause fahren du kannst nach hause fahren wir von team jell feiern kam allen total sie ist dir nur eine ist nicht einfach großartig darum lassen wir es auch nicht zu dass irgendwer stört nur um auf ihm übers wasser geschippert zu werden das ist mir schon klar deshalb versuche ich euch an die ganze zeit schon zu erklären dass ich das rottemrad um eine funktion ergänzen kann die es über das wasser fahren lässt du kommst hier gerufen bei einer challenger guter zeitpunkt von wiedersehen ich habe noch was gut bei dir du weißt schon weil ich dir das rottemrad geschenkt habe war doch bitte so gut und verpasst diesen drüben eine lektion das wäre es kam allen kein haar grimm klar wir beschützen es vor heinis wie dir die sache mit der real channel solltest du also besser aufgeben hier ist es für dich endlich endstation oder willst du lieber einen pokémon kampf austragen ja dann mach dich mal auf eine abröhung gefasst alles für kam ein ole 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 wie du meinst immer noch gera dachs hast du immer noch kein barrikadachs ich bin enttäuscht selbst ich habe schon alle entwickelt und du du kommst nicht mal an der anderen sehr enttäuschend muss ich zugeben dafür stirbst du dein schicksal wurde besiegelt wer zu einem barrikadachs dann können wir weiterreden kursi ich bin stolz auf dich verdammt wir sind im roten bereich pandagro oh mein gott pandagros ist ach so der ach stimmt oh pandagros da will man echt nicht spaßen das sage ich euch der kann einen richtig weghauen ich weiß von erfahrung aus worüber ich rede die passen geht nicht aufgetan naja egal passt da so patronenhieb stimmt das ist ja die signature attacke von ihm oh nein nein so viel nochmal heilen ja nochmal heilen zack juhu so bitte greif mich nicht an knirscher das sollte noch passen oh mein gott du machst mir immer noch so viel ja alter warum kriege ich so viel damage ok wisst ihr was krimi komm du bist noch ganz voll zeig du mal was du in so einer situation machst ok so und ich hoffe das schauen wir noch in der Folge ich hoffe nochmal schon ich denke mal schon mach ich damit ich denke es passt zauber schein mal gucken ob es sehr effektiv ist weiß es nicht ja es ist nice ein volltreffer und da geht es da 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 klebefeld ne nebelfeld schützt fünf wunden lang alle pokémon die den boden blühen oder ein forschendes problem nein danke freuen unbedingt und sie dem riemen nice nice ich will echt einfach nur nach spike vor zurück dann geh doch zurück wenn wir nicht so trainieren weil die da auf karmel reiten hey ich hab die idee wir rein einfach selbst auf karmel und machen uns vom acker da mal los da mal los karmel aufnehmen auf Wiedersehen naja nein tschüss wo da hast du mir doch glatt schon wieder aus der budget geholfen wer ist denn so genieße das leben als radfahrer wäre doch toll wenn man mit dem roten rad auch über das wasser fahren könnte oder was willst du mir damit sagen tja da hast du glück denn damit du genau das tun kannst werde ich etwas für dich modifizieren roten rad modifiziert ok so das wäre erledigt im aqua modus kannst du mit dem roten rad ganz geschmeidig über wasser radeln was wenn du übrigens auch ein land fährst gefühlt sich ein roten rad im land modus wie bitte lol ja moin und keine random encounter wasser mehr oh mein gott ich liebe euch gamefreak endlich keine random wasser enttaucher äh äh encounter mehr und dann gibt es walmer die weiterentwicklung weil dort ist ja das größte pokémon das existiert beziehungsweise drei quasi kann eigentlich noch ein wenig ähm was melden aber ansonsten ja so ich werde die monativen austauschen mit pokus an krimi wisst schon so krimi ok ähm ich habe keine los auf pokémon fangen ich will eigentlich nur weiter oh manntags wenn es gerade so mein kopf ja mein weg kommt dann können wir es ja mal versuchen zu fangen ey manntags seit wann hast du da zwei piercings an deinem mund sieht doch so aus oder seit wann hat es das hat es das schlimmer ich war dumm wahrscheinlich bis wahrscheinlich so tsch 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 macht nicht so viel damage uff uff hm da komm das fangen wir noch und dann war es mit der folge würde ich sagen dann werden wir in der nächsten folge in spike fort ankommen und dann werden wir in der story weiter erfahren guck ja doch kann ich doch so fangen bitte reicht das nicht schon obwohl doch das reicht der hat mich nur getrollt und da hat sich jetzt auch noch nicht so geil doch er halt sich wir mussten tut mir leid wie du freckst mir jetzt noch manntags ja heilig am besten wenig reicht 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 ich will ich ja noch fangen bei 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 da bleibt es drin was bleibt im ball ja ich bin gleich am sterben super juhu ja ich muss genesung einsetzen wollte ich noch gedauern gehe er hat sich gerade selber er kann er nicht ich kann auch nicht cool supi aber ja die sagt jetzt schon mal wenn es euch gefallen hat würde mich einen like freuen vielleicht teilt er auch das video vielleicht schreibt doch einen kommentar auf solche fragen wie du es gestellter und ja aber falls ihr neu seid wahrscheinlich nicht neu und ich bitte noch einen schönen tag und ich hoffe ich habe noch einen guten tag hier mit manntags er bis drin verstanden ich hoffe wir haben uns verstanden der war für routini